Warten auf die Geburt, Roma zeigt ihren Babybauch. Schon bald wird Roma Willis, 34, ihre berühmten Eltern Demi Moore, 60, und Bruce Willis, 68, zu stolzen Großeltern machen. Die Schauspielerin hat im Dezember 2022 ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Im März 2023 fand bereits die große Babyparty im Beisein ihrer Familie statt. Dass es bis zur Geburt ihres ersten Kindes mit Freund Derek Richard Thomas nicht mehr lange dauern kann, zeigen nun auch neue Fotos auf Instagram. Darauf posiert die Schauspielerin in den neuesten Stücken einer Kaschmiermarke und präsentiert selbstbewusst ihren unverhüllten Babybauch. Schwester Scout LaRue Willis, 31, kommentierte den Beitrag prompt, das ist unglaublich. Und auch Stiefmutter Emma Heming Willis, 44, die aktuelle Ehefrau von Vater Bruce, hinterließ zwei Herz-Emojis. Aktuell herrscht viel Trubel in der großen Patchwork-Familie. Nicht nur wegen Roma Willis' erster Schwangerschaft. Sondern auch wegen Bruce Willis' Krankheit. Der Schauspieler musste wegen einer frontotemporalen Demenz, FTD, seine Karriere beenden. 2022 hatte die Familie bereits öffentlich gemacht, dass der Hollywoodstar Anna Fasie erkrankt ist. ? Bitte schön. Pitt roule- 2014 hat fast sein.